Untertitelung im Auftrag des ZDF 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 Hier ist der Text auch mit dem PC geschrieben oder mit einer Schreibmaschine Man kann halt auch keine Handschrift hier sehen, dass es jetzt irgendwie zurückverfolgbar ist, wer den Text verfasst hat Was wissen sie über das Hotel? Der Typ hat Angst, der Fahrer Vergessen sie das Geld Gehen sie einfach Der fährt trotzdem weg Der will gar nichts mit der ganzen Sache zu tun haben Die junge Dame ist seine Tochter Written und directed by Harry Chadwick The Isletide Hotel Von Wales Interactive Von Wales Interactive Die haben hier ganz schön viele Spiele hier rausgebracht Wollte er Feuer oder was? Auch ein bisschen nervös der Typ Ich weiß gar nicht was auf uns zukommt Wir zocken das Spiel komplett blind Ist auch interessant für mich Ich liebe einfach die Spiele von Wales Interactive The Complex Late Shift Shape Shifting Detective Shape Shifting Detective Who Press Mute und Onkel Markus So viele Spiele So viele Spiele Eine Haushälterin Oh oh Es klingelt Wie die mich abgecheckt hat Wie die mich abgecheckt hat Guck wie der da steht So ein Namensschilder Ja ist ok Kannst du schon umdrehen Entschuldigung Hallo Voll weird Ich muss grad an den Film Knives Out denken Ich weiß nicht warum Ähm Soll ich mal einfach gar nichts machen? Vielleicht dreht er sich von selbst um Oder reagiert er wirklich erst nachdem ich die Glocke läute? Oh Willkommen zurück Willkommen zurück? Hä? Willst du damit andeuten, dass er blind ist oder was? My apologies I mistook you for some body else Miss Ray Merkt uns mal den Namen Und wir merken uns auch seine blaue Strähne Playboy Wie kann ich dir helfen? Ähm Was soll ich nehmen? Komm wir nehmen Ich habe eine Einladung Ich habe eine Einladung Ich weiß nicht mehr Ich habe nicht darauf geachtet Ich habe eine Einladung 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 Die Typen haben direkt zugeklatscht, die Tür. Ich war... Gehst du nicht in? Den Schrauch hast du rausgekriegt? Der Rezeptionist war nicht sehr freundlich. Es war etwas über ihn. Sonst wäre man da drin, oder? Interessant. Ich bin Christopher. Eine Zigarette bringt nicht. Die Zigarette ist nicht aufgetreten. Es wird mich töten, wenn ich es lebe. Du siehst wie mein Doktor. Sie würde... Du siehst, du kannst du nicht in der Therapie verlieren? Ich war nur so surprised. After sie... Ich wurde das durch die Post. Ein Einladung für ein Anxiety-ridden Introvert, um eine Gathering von totalen Strangers zu betreten. So... Hier bin ich. In der Galway, zumindest. Einladung. Einladung. Im Namen von Dr. Aniston, Vornamen Jennifer, gewährt das Isle Tide Hotel dem Besitzer dieser Einladung das lebenslange Privileg, sich im Hotel aufzuhalten und an den Reinigungsprozessen teilzunehmen, sofern die Etikette eingehalten wird. Alle Empfänger dieser Einladung werden darauf hingewiesen, dass... Der Text ist weg. Und das ist das Symbol. Könnte man auch als Sanduhr irgendwie... Interpretieren. Wenn du denkst, ich sollte in, dann könnte ich dich in, dann könnte ich dich in, auch. Wir könnten zusammen gehen. Und verschwinde lieber von ihr. Ich... Ich... Ich habe keine gute Gefühle über dieses Ort. Du solltest weg. Ich weiß, dass ich... Ich weiß, dass ich... Ich weiß, dass ich... Ich weiß, dass ich... Ich weiß, dass ich es nicht... Ich weiß, dass ich es nicht... Du kannst mich behalten. Ich habe eine Verwaltung. Ich weiß, dass ich... Das ist ein Schuss. Ich habe ein Schuss. Ich habe es, dass ich mich über dieses Buchstaben habe. Ich nehme, es ist es... Ich habe ihn gut gehalten. Ich habe dir, dass du nicht einfach zu diesem Schuss nehmen und zu sehen, zu sehen. Das ist ein Schuss, und ich ist eine Schuss. Ich habe gesagt, Schuss. Das ist ein Schuss. Ihr ist ein Schuss. Du hast euch eine Schuss. You'll be following me, speedily. Alles so merkwürdig hier. Guck der Security so nach unten. Nice suit. Thanks. Oh. Don't mind that, sweetie. That's just in case I find your answers ghastly. Shall we begin? Do you have any scars? Yes. Yeah. Any tattoos? Yes. Do you own a baseball cap? No, I don't have any. I don't have any. I find something. No. You're late for class. Your father drops you off. He never says goodbye. The halls of the school are empty. You open the door. Everyone laughs. You're naked. Do you sit down? Yeah. Yeah. I can't, I can't, I can't, I can't, I can't, I can't, I can't. Yes. You follow a bully home from school. The alleyway is dark. Pick up a metal pipe. The house to the left is burning. You run inside. A child, a cat and their mother are in separate rooms. Who do you save? The bully. The bully. You can't save someone you've already murdered, sweetie. Unless you're after redemption. Perhaps you are worth exploring. Stand speedily. Arms up, sweetie. Let me measure you. Oh, well do you wish to participate or not? We need to start the exhibition and if you don't wish to... I can't hear anything. Why do you take mass? What kind of exhibition is this? Only the world's greatest, sweetie. There's nothing more exquisite than the human form. Human form is exquisite. But the world and her wife wish to change it. Fill it. Fake it. Pity. It is only when we're different we realise what we had. I create all the experiences at Herald Tide. A clear vision. Varied so they find their true core. But lower my core sheet. I just want to find my chameleon. Somebody who can wear them all to perfection. I'll get one ready for you. Go wait in the bar and I'll summon you through shortly. Off with you. Speedily. Okay. Ich glaube man braucht einige Durchläufe um hier was zu verstehen. Normalerweise dauern die Durchläufe immer so eine Stunde. Eineinhalb. Schauen wir mal, was hier passiert jetzt im ersten Durchlauf. Weißt du was, wir suchen sie es mal mit Gold. Ich vermassel hier alles, mir egal, ich will doch nur meine Tochter wieder haben. Hallo, meine Tochter ist weg. Können sie mir helfen? Kann mir irgendjemand helfen hier? Guck, wie der da steht. Seht ihr jetzt was, oder? Okay, ich kann mich hinsetzen, mit der Frau reden, mit dem Mann reden, Haupthalle, Bar, Tisch. Reden wir zuerst mit der Frau hier. Ich brauche Informationen, was ist hier los? Und der Hauptcharakter ist irgendwie so leblos. Ich suche nach einem, was hat sich nicht geändert? Vielleicht können wir irgendwie eine Beziehung aufbauen und dann... Klingt aufregend. Das heißt, es ist spannend. Aber es ist nicht für alle. Any rules? Du wählst eine Maske und dann auf der Swell you wear something that suits. Wer es bestächt hat, wartet. Sie scheinen viel zu wissen. Vielleicht kann sie mir helfen. Ich weiß nicht, was hier passiert. Ich weiß nicht, was hier passiert. I didn't mean to. I came here to be somebody beautiful, somebody new. I never focused on finding the core like everybody else, and now it seems that I've lost my own. It's always hard when you lose something, a pageant let's say, but passion is doing whatever it takes to get it back. Am I right? She would do everything with my daughter. I'd do anything. Then maybe you're the one I've been looking for. It would be terrible for me to ask someone to nominate me for the pageant. But if they did, you would help them in return? Who knows how grateful I am. That's why it's also a remarkable conversation. I... I was wondering... I've tried to warn her. They can't be changed or cheated. The receptionist reminds us all with a single look. Except that man at the bar, it seems. I didn't stick around to find out why this time. I'd better go find her. She'll be looking for me. My wife. Okay, let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Hm. Ich muss erstmal noch mit allem klarkommen jetzt. Ich verstehe gar nichts hier. Was geht hier ab? Ich hab mir auch noch die ganze Beschreibung gar nicht durchgelesen. Auch auf Steam oder so die Beschreibung. Ich hab mir gar nichts durchgeschaut, weil ich hab das Spiel direkt geholt, weil es welches Interactive ist. Wir haben immer diese FMV-Spiele. Ich hab ja auch Maya and the Dragon Princess gespielt und das war nicht so toll. Aber na gut. Lesen wir mal die Etikette durch. Nimm an dem ganzen Teil. Es ist eine Pflicht in dem besonderen Zeitraum, der als Gezeit bezeichnet wird, anwesend zu sein. Dieser Zeitraum beginnt nach jedem dreijährigen Turnus und endet nach drei Tagen. Aha. Eine Gezeit darf weder verlängert noch verkürzt werden, damit wir uns stets dem Nichts gewahr sind. Drei Jahre. Alle drei Jahre. Jedem dreijährigen Turnus und endet nach drei Tagen. Wähle eine Hülle. Es ist eine Pflicht, bei jeder Gezeit eine neue Hülle zu wählen. Nach dem Maß nehmen wird die neue Hülle im Rahmen der Gezeitenfeierlichkeiten gewählt und im darauf folgenden Turnus als Symbol für die Geworfenheit, die Unausweichlichkeit des Daseins getragen. Nimm die Gezeitenfeier ernst. Es ist deine Pflicht, das Maß nehmen, die Anprobe und die abschließende Gezeitenfeier mit gebührender Ernsthaftigkeit zu zelebrieren. Aus diesem Grund ist jegliche Kommunikation mit der Außenwelt für diesen Zeitraum untersagt, um dem Gerede Einhalt sogar bieten. Führe ein Leben in Achtsamkeit. Es ist deine Pflicht, stets Achtsamkeit walten zu lassen, dir selbst und anderen Mitgliedern gegenüber. Alle Mitglieder werden dazu ermuntert, die während eines Turnus begangenen Sünden gegenüber der Gemeinschaft zu offenbaren, woraufhin ihnen augenblicklich Vergebung zuteil wird, sofern nicht gegen eine Regel der Etikette verstoßen wurde. Befreie dich von Ballast. Es ist deine Pflicht, nicht an Ablenkungen, Gelüsten und Sehnsüchten festzuhalten, um mit maximaler Bewusstsein den nächsten Turnus durchleben zu können. Alle Mitglieder sind angehalten, ihre Brüder und Schwestern im Rahmen jeder Gezeitarbeit zu unterstützen, sich von diesem Ballast zu befreien. Bewahre Stillschweigen. Es ist deine Pflicht, deine Worte stets mit Bedacht zu wählen, um sicherzustellen, dass das Wissen um die Gezeiten nicht nach außen dringt und unsere Mission in Gefahr bringt. Die großen Auserwählten entscheiden, wer für unser heeres Wirken geeignet ist und lassen den entsprechenden Personen eine Einladung zukommen. 7. Lebe stets gemäß dem Dekorum. Es ist deine Pflicht, dich zwischen den Gezeiten stets angemessen und schicklich zu verhalten, Dekorum vital, um die Unversehrtheit der Hülle zu gewährleisten. Die Hülle muss nach jedem Turnus dem Zustand bei Erhalt entsprechen. Sie muss frei von äußeren Makeln, aber auch frei von neu entstandenen Verpflichtungen, Zwängen und Bedingungen sein. 8. Stelle die Suche in den Vordergrund. Es ist deine Pflicht, die Gemeinschaft und ihre Mission als das zentrale Element der Gezeiten anzuerkennen. Jegliche Ablenkung, Gelüste und Sehnsüchte werden durch das Walten in einer Hülle müssen nach jedem Turnus für die Suche nach dem Kern aufgegeben werden. 9. Die Regeln der Etikette sind von allen ausnahmslos einzuhalten. Die Regeln sind mir egal. Die Regeln der Etikette sind von Anfänger. Die Regeln der Etikette sind von Anfänger. Sehr interessant. Schau dir mal den Tisch an. Das Intro war so interessant. Die Oma, die alte Frau, betäubt die junge Dame, wahrscheinlich seine Tochter hier. von Josh. Und hat die die dann entführt oder was? Dokument 1. Wo ist Zimmer 14? Schauen wir uns einfach alles durch. Zimmer 7, 8 Uhr, Rosie. Ich muss es ja nicht nochmal mir anschauen. Das ist ja genau der gleiche Text. 10 mal 7, 20 Uhr. Vielleicht kann man sich jetzt mal merken. Dokument 3. Und was haben wir hier oben? Dokument 4. Und was haben wir hier oben? Dokument 4. Wir wollen die Terminologie der Etiketten. Ergo. Komm, find mich und schreibe. eine Petition. Aber auch einfach erklären, was hier gerade abgeht. Wurscht, ne? Soll ich mich einfach mal hinsetzen? Aber das ist doch... Das ist nicht gegen die Etikette. Aber warte mal, ich setze mich hin. Vielleicht kommt dann jemand, setzt sich zu mir und redet mit mir. Hätte ich die beiden Frauen nicht verjagt, hätte ich auch mit denen reden können, oder? Glaube ich schon, ne? Ich musste sie ja provozieren und Gold sagen, statt Rot. Gehen wir zu der kleinen Bar da. Interessant, wie die die Videos gut zusammenschneiden. Nahtlos. Läuft das jetzt hier alles? Ohne Hänger? Achso, ich muss... Er geht durch die Tür zur Bar. Es ist fünf Uhr. Get the sound of the Tür. Du weißt, Dr. Aniston könnte jemand sein. Und wenn er hier ist? Ich habe keine Ahnung, zu finden die Chor, diese Tide. Waste of a suit. Vielleicht bin ich es ja. Mit den Betrunkenen reden. Zur Bar gehen. Die Frau beobachten. Billy Sunderland. Mary Silent. Mrs. Harkness. Was waren das jetzt hier? Hüllenakten. Billy Sunderland 41. Turnusse gedient 4. Bankdirektorin. 21 Jahre Erfahrung. Investmentexpertin. Affäre mit Darcy aus der Buchhaltung. Vorsicht, sie beißt. Rivalität mit Eric Dickinson. Aus dem 12. Stock. Der Kerl ist ein... Ah, Loch! Affäre mit Darcy beendet. Zu destruktiv. Eric ist der neue Chef. Alle Daten irgendwie. Die sind wichtige Informationen, aber ich habe keinen Bock, das jetzt durchzulesen, weil ich noch nicht weiß, ob die tatsächlich wichtig sind, die Infos. Da kann man bestimmt irgendwas machen. Harkness. Oder eben diese Affäre-Geschichte da. Miss. Bisley. War das die Entführerin? Die hat schon an 15 Turnussen. Mitgemacht. Spezialaufgabe. Im Auftrag von Dr. Anderson. Wechsel des Wohnorts erforderlich derzeit wohnhaft in einer Mietwohnung im Zentrum Landens. Trotz ihres Alters immer noch sehr aktiv und mobil. Keine Angehörigen. Eine gute Wahl für jemanden, der es in einem Turnus ruhiger angehen möchte. Die Frau da. Das ist doch bestimmt die Entführerin. Geh mal zu den Besoffenen. Ich habe einfach die Einladung von Christopher genommen. Du gehst dann, Paul. Du bist nicht Paul. Nee, ich bin Josh. Ich werde immer noch mal sein. Entschuldige mich. Ich werde noch ein paar andere, schuldige Basterz Probleme sein. Dann muss ich jetzt aber ein Experte sein. Okay, wie können wir jetzt das Schachbrett manipulieren? Warte mal, wo ist der König? Ist das der König? Oder ist das der König? Ja gut, dann ist das der König. Verschieben mal. Komm, wir verschieben mal. Komm, ich würde gerne das Pferd, könnte ich da hier hinsetzen. Und dann wäre das Schach. Weil ich könnte ihn ja direkt Schach setzen. Wenn ich den Läufer nehme. Wenn ich den jetzt hier auch dahin verschieben. Dann müsste mich der König besiegen. Der König wäre dann hier, ne? Nimm einfach mal den Springer. Ah, da ist Springer, okay. Ja, komm. Hier hin. Boah, hier hin, komm. Wir haben das Spiel manipuliert. Aber dürfen wir das nicht laut Etikette, oder? Jetzt kommt wieder die Musik. Und wen haben wir hier? Jordan Hemlock. You're here to see me, no doubt? Yes. I'm Jordan Hemlock. I'm not surprised you've heard. They chatter in their boxes. You see, I've spent more time alone this term and began to ponder the word term. Horrid sounding. Ergo, I've created a petition for the Grand Elect to change the terminology. Warum ein einzelnes Wort ändern? Upsale, ey, ey. Actually, I was hoping you might be able to help me. I'm looking for a young girl. That's awful. All wrong. You're not going to get very far wording it like that. Where's the context? The connection? If she were important, why did you lose her? You have to draw people in. Give them a reason to listen. The Grand Elects are not going to concern themselves with personal matters like that. You have to. Oh, never mind. Oh, da ist die Frau. mit ihrer komische Frisur, mit diesem Bienennest. Good afternoon, Sweeties. Tonight's measuring is underway. So if you could adorn your robes, masks and follow me speedily, the Grand Elects await. Geh mal, Zimmer 7. Zimmer 7 war mir noch in Erinnerung. Irgendwas war da. Did you not read the boat? I'm not ready for you yet, Freak. Come back when it's time. Meint die mich? Ich glaub, die meint mich. You don't know me, but I found you. That's what I wrote in the letter. On price. Your price? What did you expect? Oh, jeez. Bet myself a bottle of Bushmills you wouldn't show. Heard you were never around. And people don't change. So figured it an easy bet. So to do, you have to watch out for. Yeah, weil ich die Briefe bekommen hab. Wie, was ist denn hier los? Was ist da jetzt hier für ein Ort? What is this place? They have your daughter. That's all I'd need to know. I asked her around before I got here. People stayed tight-lipped. Even the locals. Even for cash. Whatever's going on has got folks scared. All loyal, like I've never seen. Unlike you. Entweder der ist sehr riesig, oder die ist klein. Ich bin bereit, die drüben Städte zu gehen. Just in diesen. Ich werde einen holen, geh da und find out, wer hat sie. Und wenn du nicht zeigen, werde ich nicht überrascht. Ich glaube, sie würde auch. Ist wahrscheinlich kein guter Vater gewesen all die Jahre, weil so komische Andeutung eben. Boah, was für ein riesen Anwesen. Klassische Musik. Sind wir hier auf dem Maskenball, oder was? Gotten, you found respect, mind you. Didn't get promoted once. Bloody bunch of tossers. Told you so. And you said I was whining. I hope you learnt something. Yeah. It's never subtle. It's obvious where they're looking. Right here. Ha, ha, ha. Bloody off-putting. Oh, sorry. Looking forward to making some new friends. It's been a lonely term. Don't pick me. There you are. I've been looking for you. The pageant's this way. Come. They're taking nominations now. Sweeties. Come. Sweeties. Last chance to enter somebody into this year's Who Wore It Best pageant. Any final nominees? You said you'd do anything. Nominate me and I'll repay the favour. We have a deal. Am I right? I'm... Um... Fabulous Mars. Congratulations, sweetie. Tell me, how can I help you? Name? My name? Well, yes, sweetie. I need a name. I thought you could use his. It must be the participants. How else will we know? An initial, then. I need your name, sweetie. That's not an etiquette. No, it's a rule. Which are still quite important. The ceremony shall begin soon, and if you can't provide a name... I don't remember. I'll write it for now. But we will need a full name. And if I can't remember? You can't very well win without a name to place on the plaque, sweetie. Perhaps there's somebody who can help you? O. Now, everybody, speedily, take your seats. Es geht direkt, wie ihr? Das geht direkt, wie ihr? Es geht direkt, wie ihr? Oh, ich verstehe. 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 Hope you all had a lovely town. If you're new, or would like a reminding, the nine chapter etiquettes can be found in your rooms or on the notice board in the lobby. It is my pleasure to introduce the Grand Elect. We are who we say we are. Praise be to Dr. Aniston, founder of the Tide and seeker of the Corps. Praise. 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 First we have taken the measure of each other. Now comes the fitting. Bring forth the new verse. You could be a wrestler. He who was invited has declined. Still, there are those here yet to join. Tonight is the swell. Tonight alone shall new suits be added. Before we embark, does anybody wish to shed guilt for the term? The last term I practiced as the priest. I've found it hard. I confess, I... I turned to drink. And I, uh... I got a tattoo. The point. Etiquette 7 has been broken. To impart manners, your choice of suits for the coming term shall be halved. Forgive me. You are already forgiven. for the coming term now. I committed a crime on the previous term which verse 37 was arrested for. I was arrested for it. I was arrested for it. I was arrested for it. I was arrested! But as soon as I did, I was arrested for it. I was arrested for it. Well, I was arrested for it. I was arrested for it. Okay. Etiquette 4 has been broken. To impart manners, your suits should be chosen for you. Sie sind bereits verabschiedet. Ich auch möchte, dass sie zu schädchen. Die Geschäfte, die Sie von einer jungen Mädchen gehört haben, sind wahr. Elinor. Chosen by Dr. Aniston herself. For this deviation of etiquette, she will be presented to all at tonight's swell celebrations. A hearing for all. Until such time, we shall proceed from the measure to the fitting. Okay. Steh auf, Mann. Mach's doch noch auffälliger. Nee, geht surprise. Christ, ist unser Weg zu Elinor. Oder Elinor, weiß ich gar nicht mehr. So, was tun wir? Ich brauche einen Moment, um zu denken, bevor du wiederhörst. Diese Scheiße gibt mir die Schrauben. Ich dachte, sie wären so ein Kult. So, hast du die Polizei dann? Ich bin nicht verabschiedet. Ich bin nicht verabschiedet. Ich bin nicht verabschiedet. Ich wusste, dass ich sie gar nicht wusste. Aber ich weiß, was sie durchfällt. Ich kann nicht auf sie auf jeden Fall. Wer hat dich angeheuert, Bryce? Ich kenne auf deine Ex auch. Ich bin nicht verabschiedet. Ich bin nicht verabschiedet. Ich bin nicht verabschiedet. Und? Wie ist sie so? Was ist sie so? Was ist sie wie, Elinor? Es ist nicht die erste Mal, ich habe zu beschreiben eine Kindheit zu ihrem Kind. Slim. Average heighten. Stubborn. Ja, das war er. Ich verstehe. Eigentlich meine Mitle. Wie in mir war, ist er? Wie ist sie. Anstre nicht mich. Ich habe mich in ihr. Und ich werde das nicht schaffen. Es verändert dich. Es gibt mich. Ich werde dich. Ich werde dich. Is that what happened to you? There's two choices that make sense. See her in the queue, Red Mask? That's the cleaner. The court side of her upstairs. She's got to know where Eleanor is. Housekeeping's always a good source. Or the big fella. Dormund's bound to know where she's being kept. Probably carried her in. That's what I'm here thinking. Could try sweet-talking her, but he'll need more persuading. I think you're right. He must have seen something. Let's get him. This is your idea, though. You've got to be prepared. Die Maske können die doch auflassen, oder? Klatsch ihn. Was steht der da doch rum, Mann? Die Maske können die doch aufpassen, oder was? Tritt die mit's Gesicht? In Tap-Out. Fertig, oder was? Was war das jetzt gerade? Wo ist Pfeifen? Ich höre das auch. Hey. Wer bin ich? Nein? Kurt Russell in Big Trouble, Little China? Der Biss in der Ruhige, wenn er... Hey. Hey. Sind Sie awake? Hörst du mich? Wo ist sie? Wo ist sie? Kas bitte. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Ich werde будут sagen. Wo ist dieoulder? Wenn wir w вопросы haben, dann wird sie bald nicht sagen. Wo ist sie? Wo ist sie? Gell, schlag ihn. Ja, okay. Ja, rein. Das ist meine Tochter. Verdammt. Ich tue alles für sie. Was ist denn das für Hautgeräusche? Die Soundgeräusche müssen so klingen, warte, ich geb dir was. Bei denen sind komische, dumpfe Geräusche. Na gut. Mit Vergnügen. Ja, okay. Ich glaube, der wird nicht reden. Mit 10 mit Abstand. Bitte, stopp, du hast mich verhundet. Bitte, erzähl ihnen, dass ich sprach. Ich wollte dich nicht. Du hast mich verhundet. Was du übernimmst? Er hat geredet. Sie wollten mich der starken, schlussende Typ. Aber das ist nicht ich. Ich liebe Gossip. Es ist so gut zu sprechen. Ich dachte, du wäre nett. Ja, dein Bruder ist sehr schwer. Was hast du da in? Nein, ich will hier um 2 Uhr in der Morgen open die Tür für dich. Ich bin sehr tired. I was so close. Please don't tell the receptionist. I don't take requests. Tell me where she is. Tell me where she is. I can. Then they'll know I spoke. Was? Was, gib ihm noch eine. Tell me where she is. I didn't take her. Please, don't do this. Give her back. She's not mine to give. I don't know. Price. What? You're feeling sorry for him? What about her? I'll never stop. Never. Now hit him. Ja, gib ihm eine. Allein schon, weil du in dieser Sekte bist. Tell me where my daughter is. So I don't have to hit you again. I don't know anything. I didn't know anyone was looking for her. I'm here. I'm looking. Don't you say that you've... 15, 15. She's in room 15. I'm sorry. I died. Oh, my God. Ja, dann schauen wir mal dort nach. Entweder ist die klein oder der ist riesig. Ich hab geredet. Es tut mir leid. Ich hab die Etikette gebrochen. Wo ist Eleanor? Eleanor. We're too late. We'll find her. Where? You don't get it. She's downstairs with them. We can't get to her now. We'll find her. Jesus. That's the first thing. The first thing you've said that's even sounded like you give a shit. The first time that you've sounded like her father. Why are you even here? She wouldn't even be here if she was my daughter. Not mine. Was? What? Eleanor. She's not my daughter. What are you talking about? You've... I've never said that. In fact, I've never said that. Your name's on the birth certificate. Yeah. You kept me on there. For her sake. You know, maybe you're right. I don't even know why I've... You can't miss what you never had. Never really had. Why now? Your letter. It meant she was looking. Christ, if you'd look sooner than... It might have gone well. I didn't know what I was missing. But somehow I was safer this way. But now she's missing and I... In your hand. Yeah. Come on, there must be something in here. Start looking. Okay. Joshi is not their father. He had a relationship with a woman. He probably had a relationship with a woman. And so is it then. And... And... Will I find my father? Will I find my father? Will I find my father? Und wie die das... Die hätten auch eine Minute lang hier stehen können. Aufnehmen können. Statt nur drei Sekunden dann immer wieder vor- und zurückspulen. Ja, und Eleanor hat mich dann gesucht. Hat dann hier die Privatdetektivin angeheuert. Und jetzt ist Eleanor weg. Und... Ich würde gerne wissen, was mit ihr ist. Irgendwas stimmt doch nicht mit ihr. Mit Price. Gehen wir zum Badezimmer. Warum ist sie so drin in dieser Sache? Ist das ein Blutbad? Ist das ein Blutbad? Das ist mein Vater, der Buschmills trinkt. Ist er nicht mehr rum? Das macht nicht Sinn. Wir sind auf dem zweiten Fluss. Dieser Hatch würde nur zum Badezimmer nach unten führen. Obwohl das ganze Ort für diese Hatchen war. Ja. Und diese Pippe... Ich weiß nicht, was... An was ich gerade denke, dieser Rezeptionist, hat er nicht irgendwie Rosie oder so gesagt? Am Anfang. Und sie heißt doch... R-Price. Ist sie vielleicht Rosie? Hier steht jetzt X. Geschichte. Hier sieht man einige Sachen. Wahrscheinlich geht es noch bis da oben hin. Da wird noch einiges kommen, ne? Wird noch einiges aufgedeckt. Ein paar Leute. Holt auf in einem Hotel, wear Maske, take baths and teenage girls. I don't get the connection. Die connection, ja. Was ist die Verbindung? Ich schaue dir direkt den Tisch an und danach gehen wir zum Bett. Da findest du denn vielleicht Informationen drin? Ich weiß, dass wir uns nie kennengelernt haben. Aber er ist immer mein Vater. Das bedeutet, dass wir eine Verbindung haben, richtig? Die liest sogar laut vor. Je mehr Angst, dass ich mich bekomme, je mehr ich weiß, dass er mich für mich kommt. Also Eleanor weiß nicht. Ich weiß, dass ich mich nicht immer weiß. Er hat sich nicht immer weiß. Er hat sich nicht immer weiß, was es besser ist. Wie haben wir beide? Happily. Ich habe mir mein drinker in einer Bar. Ich habe mich nicht verletzt. Ich habe mich nicht verletzt. Ich habe mich nicht verletzt. Sie war immer so driven. Always looking for the next adventure. She even had a bag packed by the door, always ready. And suddenly, one day, the bag went back in the wardrobe. She stopped going to work, rushing to start a family. We never even talked about it. It happened so quickly, I'm not sure I ever caught up. Is that when she cheated? No, she didn't get a writing skills from me, that's for sure. $15,000. $75,000. $10,000. $14,000 minus Taschengeld. $15,000. Geld für Hilfe am Dienstag. Ich weiß, wir sind uns nie begegnet und doch ist er mein Dad. Das bedeutet, zwischen uns besteht eine Verbindung, oder? Je mehr Angst ich bekomme, desto größer ist die Gewissheit, dass er sich melden wird. Ja, die Armen. Natürlich braucht man Eltern, nicht? Man braucht Eltern im Leben. Das ist auch eine Art Identitätsfrage. Zu wissen, von wem man, woher man kommt. Und man kommt nicht aus dem Land, dem Land, dem Land. Man kommt von seinen Eltern. Oder ihren Eltern. Also Herkunft in dem Sinne natürlich auch. Honey Bunny. Oh. Kann ich ihn drehen? Das dachte ich mir schon. Ist da irgendwie eine wichtige Information? Vielleicht in seinem... Ne? Das haben die sogar animiert. Die Frage ist, wie lange... Ich dachte, du kannst nicht missen, was du nie gehabt hast. Manchmal kannst du dir nicht helfen, aber zu erinnern. Du solltest rauskommen. Du könntest jemanden haben. Du könntest jemanden haben. Es gibt viele Leute wie ich da. Oh, shit. Der ist nicht bei ihr Vater, man. Also nicht mal der biologische Vater. Und die haben sich hier gesehen. Ja, das ist ein Spielchen, ne? Ja, das ist ein Spielchen, ne? Ja, wo ist denn der biologische Vater? Ja, gut, wenn man ein Kind erzogen hat, ist man der Vater, auch wenn man nicht der biologische Vater ist. Aber der Typ war ja nie da. Und der ist nicht mal der biologische Vater. Wo ist ihre Mutter? Wann werden die Menschen da sein? Ich bin Angst. Das ist ihre Wrichtung. Ich werde dich aus der Orangeree rausnehmen. Mr. H. In meinem Tag ging ich als Grundschriftwecker mit Mr. H. Werden da nicht Leute sein? Ich habe Angst. Ich bringe dich heimlich aus der Orangerie, Mr. H. She used to lock me in house when she copped out . My mum. I'd always find a way to sneak out. I'd head to the park in the summer. I'd force the boys let me play football with them. There was a small carpark with tall trees around it. Das ist wo er mich gab. Ich war zu jung, zu wissen, was er zu tun war. Ich dachte, dass er mich nach mir geht. Wenn das Ruhm plötzlich got colder war, ich wusste, dass sie mich nicht finden können. Ich denke, Mom und Dad. Ich würde... ...sit in his Kruk. Ich habe nur die Filme gesehen. Ich habe ihn gesehen, dass ich sie picken. Of course, es ist viel einfacher in den Filmen. Ich habe nur meine Haarepins. Es ist viel einfacher zu lernen. Es hat mir lange Zeit. Wenn die Tür aufbaut, die Tür aufbaut, ich war nicht so weit von Hause. Ich wurde alle Jungs aus dem Tag durch den Park. Die dritte Tür war geschlossen. Ich kam direkt in, um zu finden, um die Mutter zu trinken. Ich habe die Mutter zu trinken. Und die Vater hat verlassen. Lass sie reden. Ich bin ihre Bezugsperson. Ich bin ihre Bezugsperson. Ich habe meinen Vater gefunden. Jahre später. Mit seiner neuen Frau und seinem neuen Kind. Spiel in einem Park. Er wusste, dass ich rausgekommen bin. Er wusste, dass ich nach Hause war. Aber er kam noch nie. Das ist deine Schuld. Das ist deine Schuld. Ich mag den Preis, aber es ist Rebecca. Rebecca. Vielleicht, ich merke mir aber Rosi auch noch. Es klingt nicht, dass es deine Schuld war, Rebecca. Es ist schwierig, als Vater zu verlieren. Aber er kommt. Ich weiß, dass er wird. Ich glaube nicht. Die Menschen ändern nicht. Auch wenn sie wollen. Da war die Mailbox, ne? Das Eis ist noch gefroren. Das Eis ist noch gefroren. Es ist gelbte. Rüge 8-51. Es ist nicht nur Eleanor. Er schmuggelt. Oder sie. Es könnte jemanden. Warum sind sie die Schmerzen? Er sind sie. Ich weiß nicht. Ja, wir werden sehen. Ja, klar. Ja, klar. Wenn ich die ab, dann hau ich sofort ab. Gib mir mein Geld. Geh direkt ins Badezimmer. Ist da was? Kleidung. Gucken wir mal, ob da was Interessantes dabei ist. Aha. Ein Ausweis? Mr. H's Führerschein. Hennessy. Christopher Alexander. Christopher, ist das der Junge, der vor der Tür war? 1976 geboren. Da war das ja nicht. Der war ein bisschen jünger. Führerschein ist abgelaufen. Unterschrift. Pipapo. Okay, der hat's eingesteckt, ne? Was ist denn da drin? Zieh mal den Stöpsel, geht das? Aber interessant so, Armgriffe ist eigentlich gar nicht mal so, gar keine schlechte Idee. Ne, der linken Spiegel nicht so weit aufmachen, weil so sieht man die Kamera. Oh, wow. Ist das vielleicht Ammoniak? Ist da noch irgendwas Besonderes? Soll ich Musik laufen lassen? Ist doch auch auffällig, oder? Die Leute hören mich dann. Vielleicht kann ich es fünf, sechs Mal machen, auf einmal kommt irgendwie so ein Cheat oder sowas. Keine Ahnung. Vielleicht muss ich auch irgendwas in der Reihenfolge machen, damit irgendwas passiert. Weiß ich jetzt nicht. Wieso wird so oft immer diese Spiegelung da gesehen? Gezeigt, meine ich. Inspiziere das Buch. Ja, das Telefon hat ja irgendwie in der Mailbox oder so, ne? 38. Öffne die Schublade. Okay. Das sah voll witzig aus, wie der das, was er die Schublade geöffnet hat. Schaut sich um, ist irgendwas Besonderes. Besonderes. Fotos. Fotos. Ist hier das? Das ist die Mutter. Das ist die Mutter. Jetzt schauen wir uns mal die Tarot-Karten an. 13. Der Tod. Aber interessant, dass man jetzt hier mal einfach mal so rum, sich mal umschauen kann, ne? Sonst war das, ja, die meisten Wales Interactive Spiele waren ja alles eigentlich ablaufende Filme. Und jetzt haben wir hier durch Suchungen. Ich weiß nicht, was ich hier noch machen soll. Lass mal abhauen. Er soll 76 geboren sein? Eher wie jemand, der 56 oder 46 geboren ist. Ich kapier's auch nicht, Josh. Ja, ich wünsche dir. Ja, ich wünsche dir. Entferntes Gemurmel. Wie die alle still sind. Wie das hier aufgebaut ist. Und wie die da hockt. Geh mir direkt mal hier hin und hocken uns mal hier hin. Die ist einfach Ding. Das sind NPCs. Ich glaub, ich hab's. Das sind einfach NPCs. Was ist der Kern? Was wissen Sie über Dr. Aniston? Was wissen Sie über die Gezeiten? Nimm mal Aniston. Was können Sie über Dr. Aniston erzählen Sie über Dr. Aniston? Was kann ich sagen? Ich bin mit ihr seit dem Beginn. Eine fantastische Frau. Sie hat es, Sie wissen. Die Maschine. Maschine? Okay. 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 Sie hat es verloren. Was kannst du mir erzählen, über die Tide? Es kommt in und geht raus. Huh. Was ist die Zelle? Wenn ich es wusste, würde ich hier nicht sein. None of us would, I should guess. As different as each suit is, you soon realise that we all have the same problems, the same tastes, the same routines. Romantic, what she's trying to find. The meaning of it all. But who says, there's a simple answer? Erklärst nochmal. What is the call? If I knew, I wouldn't be here. None of us would, I should guess. As different as each suit is, you soon realise that we all have the same problems, the same tastes, the same routines. Romantic, what she's trying to find. The meaning of it all. But who says, there's a simple answer? Im PC ist irgendwie... Ja, ich lasse dich mal alleine. Jetzt ist sie die Schachspielerin, oder wie? Wow, was ein anderer Charakter. Danke. Ja, für was danke? Ja, geh einfach mal weg. Die komische Sekte hier. Jetzt geht er wieder an seinen Platz. Hm. Der Blick eben, so oft hat er... Ich würde gerne reden, so oft hat er sich eben gedacht. Ich würde gerne helfen, aber ich kann nicht. Ich bin in meiner Rolle. Geh mal zu der rotgekleideten Frau, wie die von Matrix. Wird programmiert. Ja. Ja. Was ist jetzt ihre Hülle? Fühlt sich anscheinend nicht so wohl. In ihrer Rolle. In der Perücke. Ja. What do you think? Bit of alright. I saw her earlier and I thought... Pfff... Yes. I'm really looking forward to taking this for a spin. Ja. Do you fancy a peak? Yeah, go on. No? Alright, suit yourself. Ich kann nur noch an die Bar gehen. Weiß wie dieser Petitionstyp. Ich kann nur noch an die Bar gehen. You're here to ask, no doubt. Answers no. Failed to get enough signatures. I'll go? They'll refuse to change the wording. Jordan. I know you're supposed to start afresh, but this is important. I'll give it another crack next term. Span. I mean. Just hope she can last. Okay, der geht jetzt weg. Coming at you live from the Isle Tide. With another dance on the swell. The night of no return. For the term. Make sure that suit fits. It's 7.45 at the sound of the beep. Two McAllens. Neat. I know who we need to find. It's hopeless. They've changed. Everybody. This whole place. It's like they've all. How are we supposed to know who anyone is? How do I even know it's here? Interessant Ansatz. You don't know me, but I found you. Vielleicht spielt sie auch nur eine Rolle. Maybe we have a shot. If we work this out, we can finish this. Okay. What is that now? Okay. You might still have time. Aber dass die beiden jetzt auch nicht rausgeschmissen werden, ist auch interessant. How much exercise would it take to keep that up? It's got to be some fetters, man. Term of retirement for me. Das aufgesetzte Lächeln. Jeder Tanzschritt muss sitzen. Are you sure this is it? The letter said they'd meet in the orangery. But I don't see him. It wouldn't matter anyway. He could be anyone. We need to get this right. Ask the wrong person the wrong question. It'll give the game away. We need to be subtle. You should bring our special guests out to you. One final song. Until the swell night begins. And we present our newest verse, Hagel. Screw all that. Pick one. Find a connection. Once you're sure, give me the signal. We'll ask together. You have to be sure. Nein. Oh, muss ich wieder mit den Leuten reden hier? Mit Jordan reden? Mit der Frau am Tisch reden? Mit dem Mann im Sessel reden? Mit dem Mann am Fenster reden? Mit der Frau im Sessel reden? Das sind doch alles Rollen, die hier gespielt werden. Hallo? Hallo? Guten Abend, Sir. Ma'am. Spendet's well, isn't it? Hören Sie gerne Musik? Hey, ich wollte eigentlich Musik anklicken. Hier geht's nicht gut, ne? Denen geht's irgendwie allen nicht gut hier. Guck mal. Sind die vielleicht aussortiert worden? Und es wurde auch eben neu geladen, das Video. Voll im Loop einfach. Der hat's geschafft, einfach die ganze Zeit zu uns zu bleiben. Ich kann gar nicht mehr mit dir reden. Ich wollte eigentlich fragen, ob sie gerne Musik hört. Irgendwie habe ich wohl nicht richtig draufgeklickt oder irgendwie hat es halt funktioniert. Ich weiß es nicht. Die Sessel sind aber nice. Ich weiß es nicht. Ach, ich weiß es nicht. Das war's. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Sie hat mich nie in ein schlechtes Körper gebracht. Niemand von uns. Ich werde alles gut sein. Du siehst. Hallo. Ich bin der Stadt. Aber eine Jahrzehnte, ich konnte ihn nicht finden. Ich habe ihn in der Pantry. Ich habe ihn in der Pantry. Ich habe ihn in der Pantry. Ich habe ihn in der Butcher's Wife. Sie sagen, dass die Art der New Year ist, wie sie sich aus dem Jahr aussehen. Meine war wirklich Lone. Das ist das, wenn ich den Invitativen habe. Ich bin der Stadt. Ich bin der Party. Ich bin der Pantry. Ich weiß, was er ist. Aber ich weiß, was er ist. Wir Dance. Ich smile. Ich flirte. Und, als wir in der Pantry sind, ich schaufe, erzähle ihn, was ein Mann he ist. Und ich bin. So er weiß, wie ich es fühle. Ah, hätte ich sie unterbrochen, hätte ich vielleicht irgendwas mit dir besprechen können? Ah, mit den anderen kann ich jetzt nicht mehr reden. Die Zeremonie geht los. Dem geht es auch nicht gut hier. Die Zeremonie geht los. Ist das alles? Ist das alles? Ist das alles? Das ist das alles? Ist das alles? Das ist das alles? Die Zeremonie geht los. Das ist das alles? 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 Das ist das? Das klingt, Aber jetzt weiß ich, wie sie fühlen. Zumindest lebt sie noch. Helpless. Should anybody here give any reason why this girl should not be given to Dr. Aniston? It's not too late. For the means of the call. We all need to walk away sometimes. Trust me. Speak now. I'll tell her you came. Now go. Rebecca. Go. I have to think about Erica. She also plays an FMV. I'm Eleanor's father. Who are you? Who are you? I'm Eleanor's father. No you're not. We know you're not. We know you're not. Gänsehaut. Gänsehaut. Ah, da hätte vielleicht Dr. Aniston stehen können. Who we say we are. Who we say we are. We are gathered here to find the call. The question in all of us. What is the meaning of life? 42. But perhaps the we is holding us back. Too general. Too impersonal. Too pressured to fit. Change can occur. With time alone. Without the benefit of a time. Perhaps the question is flawed. Perhaps what we should be asking. Is what is the meaning. Of my life. Today. And if yours. Is this girl. Then you have our blessing. To leave with her. I had to not even heard. I will have to go. But first. You shall meet with Dr. Aniston. Ah. Darf ich Dr. Aniston treffen? Aber geh nicht ohne Eleanor. Aber geh nicht ohne Eleanor. Jetzt bin ich aber gespannt. Do you know the real reason rats are bred in the lab? They don't bite. They have no experiences. Ergo. The cage doesn't frighten them. But parenthood frightened you. Am I right? Joshy? Lassen Sie mich gehen. Intimately. Though I never expected to again. Not after I told you she wasn't yours. I knew it. I knew she wouldn't have. Not like that. Lassen Sie das doch einfach gehen. Who is she? You. Aren't you impressed? They've all swapped bodies. They all choose to. As did she. Adventurous one your wife. Not unlike my husband. My real husband. It was his idea. That we use the machine. So that my work would be taken seriously. As him. Well. It worked. Of course. I transferred my consciousness into his. But. I miscalculated the trajectory. And sent him. Into the walls of this building. I mean. I learned a valuable lesson that night. The machine requires a spherical design. You murdered him? I made history. By erasing his. But they made me vow. Never to sacrifice another's experience. To bring him back. The experience. Sparked a new thesis. Was his death in vain. Or now complete. The machine. Is no longer the answer. But the tool. To walk. In the footsteps. Of others. And find a common core. Our purpose. In life. Why did you come. Josh. Why did you look for a greater purpose. Than making others rich. Hey. We both know. You never wanted children. This machine is a big Mac Duffin. That's why you were chosen. I came for her. Now you have her. What's that going to solve. You've seen the others. Am I right. They. They're given. The opportunity. Of lifetimes. Squandered. By their own. Personal prices. It's just. They don't appreciate. The sacrifice it would take. Only him. There's no evidence. He can't return. You want to bring your husband back. Imagine what he's seen. What knowledge. He could impart. Whether there truly is. A place beyond our own. I mean even a god. By sacrificing Eleanor. One thing I know to be fact. This is the meaning of her life. She was bred for this. I almost envy her. Her life isn't meaningless. Far from it sweetie. Her life. Is. Meaning. She will give us all purpose. All those who follow. After her. No other life will be wasted. Let me tell you why you came. For the experience. Give her to me. And you can keep that packed bag. By the door. There is no waste. In the scientific method. Only more answers. I can't fix it. I put my daughter on the floor. No one is yours. You need your daughter on the floor. Eleanor, stay with me. Eleanor Flynn. I've come. I can't help you. I can't help you. Let me manipulate you. I can't help you. Fair enough. Wir sind nicht Monsters hier, Josh. Wir könnten jemanden, aber wir folgen einen höheren Versuch. Einer beobachten von Etikett. Aber... ... die Etikett... ...forbidst du... ... von ihr zu nehmen... ... ohne zuerst prüfen sie zu dir. Mich interessiert die Etikette nicht. Ich will einfach nur meine Tochter retten. Okay. Welche Tür? Ja, super. Geh mal nach Osten. Norden. Eleanor's musikalisches Leitmotiv. Geh nach Westen. Ah, da ist eine Uhr. Ja, lies mal vor, was da steht. Inspezieren wir mal die Uhr? Wenn die Gezeiten die Küste streifen und die Minuten die Stunde bedecken, dann ist es Zeit, nach dem Kern zu greifen und nach den Kräften, die in uns stecken. Hm. 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 Hast du nicht einen Schlüssel? Hast du nicht einen Schlüssel nehmen? Einfach die Uhr umkippen, umschmeißen. Das ist ja wahrscheinlich ein Anzeichen, wie ich jetzt das Ding hier knacke. Ich knacke. Immer wieder solche irgendwelche Texte sind, die irgendwie was beschreiben, wie ich es löse, wie ich es lösen kann. Ich kapiere das nie. Ich gehe einfach nochmal nach Westen. Abverschlossen. Ich komme ja vom Osten. Dann nehmen wir hier Norden. Süden geht glaube ich auch, ne? Geh mal nach Süden und wieder nach Süden. Und jetzt wieder nach Süden. Und jetzt wieder nach Süden. Das ist mir eine leicht zu lange Übergangszeit gerade. Gucken wir mal, ob ich es knacken kann. Jetzt geh in den Osten. Geh wieder in den Osten. Abverschlossen. Dann geh in den Norden. Jetzt kommt wieder die Musik. Das Licht ist hier blau. Das ist Eleanor. Ist das Eleanor? Ist das Eleanor? Ja, ich würde gerne den Schlüssel haben. Ja, ich würde gerne den Schlüssel haben. Geh... Ich gehe jetzt... Nimm! Ich will das Schlüssel haben. Ich gehe nochmal in den Norden. Was ist hier los? Da ist eine Schreibmaschine. Und Koffer. Es wäre gut gewesen, wenn ich hier reingehe, in den Osten und dann in den Süden gehe, dann wäre ich bei Eleanor vielleicht gelandet. Ich kann da auch gar nichts inspizieren oder sowas. Wir klicken uns da mal durch, gucken wir mal, ob es irgendwie weiterkommt. Weil wenn ich aufgebe, da kann ich Eleanor vergessen. Hört ihr jemanden? Hört ihr was? Gedämpftes Streitgespräch. Tritt doch mal die Türen ein. Was war das jetzt? Achso, ich wollte Westen, sorry. Westen, Westen. Gucken wir mal, was passiert. Hmm. Gehen wir in den Süden? Jetzt sind wir im Green Room. Was immer das bedeutet. Gehen wir doch mal in den Westen. Geht nicht. Hey, da unten ist irgendwas. Hab ich gerade gesehen. Kann ich es nicht aufheben? Ah, hier. Ah, das ist der Uhrzeiger. Kann ich noch mal in den Süden? Okay, wir brauchen dann beide Uhrzeiger. Einen habe ich schon. Ich glaube, wenn ich an den anderen auch habe, dann öffnet sich das Fenster und ich kann den Schlüssel rausnehmen, um zu Eleanor zu gehen. Kann ich nach Süden? Irgendwie will ich nach Süden. Okay, da ist ein Tonband. Gerät. Bei der Schreibmaschine war da auch irgendwas zum Anklicken. Vielleicht habe ich es übersehen. Hier, vielleicht war da auch was bei der Schreibmaschine vorhin. Grundig. Gute Marker eigentlich. Gibt es nicht mehr, glaube ich. Ich habe sogar einen Fernseher von denen. Immer noch. Den habe ich seit 15 Jahren. Weitere. Treibbildchen. Hab dich lieb, hab dich lieb. Geh weiter nach Süden. Weil die Türen haben sich irgendwie bewegt, ne? Geht es noch weiter runter? Wieder im Greenroom. Das Licht ändert sich dann auch immer wieder, ne? weiterètres. Gefahr. Wie geht es? Was ist so? Wie geht es? ינוber. Wie geht es? Wir töten mal. Wir haben durch Kontakt. Du bistbir slept. Wir haben dann immer wieder. Wo Children? Ich bin ihre Wissenschaft und wie KNOW ist eraka. Osten ist dauernd abgeschlossen Gehen wir noch mal runter Interessant, dass ich jetzt dauernd in den Okay, ich hab mich jetzt gerade im Kreis bewegt Gucken wir mal, ob wir jetzt in den Osten kommen Komm noch mal in den Osten Gehen wir uns im Kreis, oder? Gehen wir in den Osten Jetzt sind wir wieder bei Eleanor Gehen wir mal in den Westen Und setzen wir den Zeiger ein Ich glaub, da müsste die Uhr sein Kann ich die Uhrzeige nicht reinpacken jetzt? Ich drück jetzt mal ins Inventar Ich drück die ganze Zeit Aber gucken wir mal, wenn das Video vorbei ist Dann geht's wahrscheinlich So Ich kann nicht ins Inventar Ich drück die ganze Zeit Ich dachte, ich kann den Uhrzeiger da einsetzen Ich glaube, in den Osten geht's nicht Ist immer noch abgeschlossen Wenn ich auf D drück Dann müsste eigentlich das Inventar kommen Hä? Wo ist der Zeiger? Jetzt gucken wir mal, ob ich da was übersehen habe Was ich anklicken kann Ne, hier ist nix zum Anklicken Wie bin ich damals? Bin ich vorhin hochgegangen Oder bin ich dann links? Geh mal in den Westen Jetzt nach Norden Ja Ich würde das gerne überspringen Dieses ganze Rumbewege hier Da kommt diese Geräusche, okay Er erkennt die Stimmen Und guck mal, wie der gleich so zärtlich Die Hand irgendwie an der Wand da rumstreichelt Da Soll ich wieder loslassen Und auch Und lebwohl sagen Hier sind wir wieder im Green Room Ich gehe meinen Westen Noch ein Green Room Jetzt sind wir wieder bei der Schreibmaschine Und dann Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt sind wir wieder bei der Uhr Kann ich irgendwie sich das Inventar? Der hat doch diese Spitze da aufgehoben Aber die ist hier gar nicht mehr Und wenn ich hier bin, kommt die Musik von Eleanor Gehen wir nochmal nach Osten Hey, da ist ein Bild Ein Foto Ist das Eleanor? Kann ich hoch? Kann ich in den Norden? Kann ich in den Osten dann wenigstens? Ich nehme mal durchs Schlüsselloch gucken Okay Zumindest haben wir neue Räume entdeckt Die Sachen inspizieren geht nicht Gehen wir nochmal in den Osten Interessant wie jetzt das Licht aus ist hier Dann gehen wir nochmal in den Osten Oder gehe in den Westen zurück Und danach in den Süden Die Frage ist, von wem sind die Klamotten? Und jetzt gehen wir nochmal in den Osten Jetzt sind wir wieder bei diesem Tonbandgerät Gehen wir mal in den Süden Gehen wir mal in den Süden Jetzt gehen wir nach Osten Hier sind wir wieder bei dieser Schreibmaschine Die ist kaputt Die haben es so oft gedreht Süden Osten Und jetzt kommen wir mal rein Ich gehe wieder nach Süden. Jetzt sind wir wieder bei der Uhr. Dann gehen wir nach Osten. Jetzt kommt wieder Eleonors Musik. Eleonors musikalisches Leitmotiv. Hört sich auch echt schön an. Jetzt gehen wir mal nach Süden. Ich glaube, vorhin sind wir auch hier hingegangen. Hier hoch ging es nicht. Hier sind wir hingegangen. Haben wir uns verirrt. Jetzt gehen wir nach Süden. Okay, nee, das ist ein anderer Raum. Das ist nicht der Raum mit der Schreibmaschine. Gucken wir mal, ob wir hier was anklicken können. Musik abspielen. Hey, da ist doch ein Zeiger, ne? Ich muss von hier in den Westen gehen, weil ich weiß, wenn ich hochgehe, links, links und dann bin ich wieder da zurück. Was passiert, wenn ich jetzt in den Westen gehe? Komm, wir gehen mal hoch jetzt. Wir versuchen mal jetzt zurück zur Uhr zu gehen. Jetzt kommt wieder die Musik. Gehen wir wieder nach Westen. Und gehen wir dann zurück zur Uhr. Gucken wir mal, ob es jetzt geht. Dass er irgendwie die Zeiger einsetzt. Hier. Und dass ich dann den Schlüssel bekomme. Ah, jetzt geht was. Jetzt passiert was. Der Schlüssel. Gänsehaut. Komm schon. Elinor. Anna. Gänsehaut. Dad. Oh, Gott, ich habe dich gefunden. Ich habe dich gefunden. Du bist hier. Wie hast du mich gefunden? Das ist nicht wichtig. Jetzt geht es. Ich habe dich gefunden. Ich habe dich gefunden. Gänsehaut. Gänsehaut. Wie, du willst nicht. Natürlich musst du. Es ist eine Sekte hier. Lass abhauen. Aber es gibt Erklärungsbedarf. Red nicht mehr, Eleanor. Krass, okay. Das war's. Ich glaube, wir sind durch. Directed by Harry Chadwick. Wir haben es gepackt. Wir haben Eleanor gerettet. Ich muss mal überspringen wegen der Musik. Wegen Copyright. Okay, krass. Wir haben es fertig. Durch. Alles klar. Vielleicht sehen wir uns im nächsten Let's Play, nächsten Durchflug weiter. Alles klar. Das war The Isle Tide Hotel. Wir haben Eleanor gerettet. Das Ende war aber ein bisschen komisch. Die hat irgendwie nicht wirklich Lust auf mich gehabt. Keinen Bock auf mich gehabt. Aber na gut. Hauptsache, sie ist sicher. Ich muss ihr alles erklären. Sie hatte wahrscheinlich eine Gehirnwäsche, dies, das. Keine Ahnung. Aber vielleicht gibt es noch mehr Informationen, die wir brauchen. Die wir vielleicht in einem weiteren Durchlauf erfahren werden. Gibt es mehr Informationen? Müssen wir mehr erfahren? Werden wir dann sehen? Falls ja, wird man hier natürlich dann den nächsten Durchlauf sehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls dir das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Beim nächsten Video geht es weiter. Beim nächsten Let's Play geht es weiter. Macht's gut. Ciao.